Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Snatcher. Letzte Folge, ne? Heute hoffentlich, ne? Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, boi. Um, der Kreml, hmmm, ach so, ja, der islamische Kreml, doch Moskau, aber nicht der Kreml, okay? Musik 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 Okay Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Was ist das? Es sieht aus Chinesisch aus. Okay. Mal schauen. Patient record. First examination. Ich bin nicht mit den nächsten fünf Characters. Es ist die erste Mal, dass ich einen von ihnen gesehen habe. Ich dachte, du solltest du wirklich gut an Chinesisch sein. Meine größte Bereiche sind in Chapsui, Eggful Young, und Wantons. Hm. Schöne Chinesische Characters. Oder vielleicht eine Art von Code. At any rate, this is definitely part of someone's chart. If we can figure out these characters, we may be able to uncover another Snatcher. What do you suppose happened to the other records? Looks like someone cleaned them out of here. Maybe they knew we were coming. Somehow I get the feeling that the Snatchers know what we're up to. I'll store the fragment of the file. Okay, so please go. What if I put them down in a fertig? Of course there is, we need to get down to the magic. I'll store it on the right side. What if I put them down here? Do I, will bring them back? I can put them in the middle. Then there is a little story. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Oh, come on. Das war's für heute. Do you want to tell you why I'm called Napoleon? No. Oh, okay. 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 Oh, here we go again. Oh, okay. 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 Oh, okay.